. Hallo zusammen! Bälle, die Zeit enttiert. Ich habe ein großes Projekt, damit du mit deinen anderen sprechen. Wer in der Duasen-Genevra-Kommission hat eine schöne Nosse, sehr gut, bei der Flotte-Lenz über die Leute. Er ist ein Tier-Mont, aber du tiert. Joe Biden und Wladimir Putin. Wladimir Putin ist ein Rowdy und ein Killer. Die Pflicht von Joe Biden. Wer sagt genau das Recht? Wladimir Putin. Wenn zwei Präsidenten von zwei Jahren erscheinen mit dem Auto, dann sagt er, welches Pum proprio ist. Apropos. Die Russen und die USA haben bereits eine gute Beziehung mit dem Auto. Sie sagen, sie stehen in den zwei Jahren, die größten im Weltkrieg. Und sie haben drei Sachen geschenkt, weil sie die Tiere sind, die größte. In einem Jahr mit den Arme, innerhalb der zwei Tiere, gibt es die Leidenschaft. Die Menschen haben sich nicht mehr verletzt. Zum Beispiel, wenn sie die Bombe auf dem Auto machen. In der Russen, in der Amerika, haben sie gemacht, wenn sie die Leidenschaft haben, weil sie sie nicht mehr mit der Beziehung. Am Prämz-Pass hat er in der Zentupade in Ginevra im Jahr 2019 getroffen. Lauf hat Ronald Reagan, der Präsident der Amerika, Zentupaus mit Mikhail Gorbachev, der Chef des Staates Russlands. In Ginevra hat er in der Autofagie, dass sie nicht mehr attacken lassen, mit den Bomben des Atomages. Ein großer Pass per Fapache. Als 30-jährige Zentupade in Ginevra verabschiede, in einem historischen Moment ist es nicht. Aber die Zentupade hat er in der Zentupade. Aber diese Zentupade hat schon in Bienseg, weil sie immer noch nicht mehr in der Autofagie oder in der Autofagie. Die Zentupade sind nicht mehr so, wie in Ginevra. Wenn sie die Menschen in der Zentupade verabschieden, zum Beispiel eine Ancademie mit den Mänen, ist wahrscheinlich ein bisschen mit der Arbeit. Malgrot, dass diese Zusammenfassung zwischen den beiden Ländern bereits mädchen sind. Sie sind in der Schleife, die in den Plässen sind eine gute Mannschaft von Gera. Sie sind sie, und sie sind sie. Die Gera Freude. In einem Jahr Freude kann man nicht mit dem Wien nicht mit der Temperatur. In einem Jahr Freude ist ein Jahr nur, wenn man die Arme hat. Letztlich sind die Freude. In einem Jahr in der Russen und den USA der Russen. Die Russen war parte der Sowjetischen Union, in der Union die Stärken in Ost. Die Sowjetischen Union in Amerika waren sie die die größte Stärken in der Welt. Die Stärken mit einer Superbrustung. Die Sowjetischen Union hatte die Bärs, die sie in Ost, und in Amerika waren die Stärken mit ihnen. Die Stärken war der Welt in zwei Bereichen. Die Politiker von den beiden Jahren sich in der Luft mit der Luft. Die Stärken sind die die größte und die größte. die Stärken in der Luft haben sie die Stärken mehr in der Luft in der Luft. Die Stärken sind die Stärken in der Luft in der Luft in der Luft in der Luft und die Stärken sind die in der Luft in der Luft und die Stärken in der Luft 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 mehr kompliziert. Dann in der Luft in der Luft in der Luft in der Luft funktioniert. In der Luft in der Luft in der Luft war es mehr interessant, aber in der Luft in der Luft der Luft Welche haben wir in der Luft in der Luft in der Luft mit der Luft in der Luft in der Luft als Elektrizist. Er hat als Waffens der Elektrizist mit dem Schiess... Er konnte fahren. ...ein Stadion des Viernes mit dem Schiess-Scholast, wie auch das Land der Andermann-Sedrung, muss er sein. Welche Zeit hat er so gut gemacht, denn er hat entschieden, dass er im Futur, in der Stadion, auf zwei verschiedene Plätze der Arbeit. Für sie ist es der perfekte Equilibre, und auch wenn er sehr langfristig ist, der Arbeit ist. Das ist auch noch ein bisschen. Nur mit dem Kabel, oder? Ja. Aber das Modell, der L'Ouvrer mit zwei Jobs funktioniert, muss er in den Verkaufs sein. Zum Beispiel, der Petron ist d'accord, dass L'Ouvrer in zwei Slogans arbeitet. Die Menschen, die sich in der Schiess-Schule aus der Schiess-Schule und der Welt, und sie hat viel Spaß gemacht, denn er hat viel Spaß gemacht. Der Meier ist ein bisschen mehr als die Wände. Zum Beispiel, die Wände hat niemand die Wände gebaut, weil sie nicht in der Luft, weil sie nicht in der Luft Wir haben die Arbeit mit ihm geschehen. Die Schuhe ist in Viener und die Elektrizität in der Stadt. Sie wissen, dass die zwei Jobs, die Dario besser ist. Ich bin nicht mehr in der Schuhe. Mit der Schuhe ist es schon viel. Aber ich bin nicht mehr in Viener. 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 Aber weil die Schuhe funktionieren in der Stadt, Dario hat die Schuhe in zwei Kabel. In einem Tier ist ein Tier, der nicht mehr in Viener ist. Das ist ein Tier. Aber es gibt auch die Tiere in der Stadt. Er macht einen Fisch mit Pesch und ein Tier, der nicht mehr in den Tier ist. Der Guardia-Servagine der Pontreginia, Thomas Verli, hat auch z.B. ein Animalett mit dem Pipaux-de-Nuss am Viu-Kul-Sagdien-Sitz. Aus dem Punt hat er den Tons ein Viu-Prender-Siel, mit einer Kamera für Animals-Selvadis. Ich selbst habe den Fischhutter noch nie gesehen, aber er ist hier, wir spürten. Und in der Nachtkamera, da ist er drauf. La Lothra hat ein Animalett genaue, der mit der Zone aktiv in der Nacht, durch die Bärse des Nuss-Domens. Er hat einen Tons von 1,30 m a 12 kg Gref. Er hat einen Tons, der wir registrieren, drei Lothras, zwei Maschkals und eine Femme. Wie man muss, dass ein Tons gut sein will, sind Fundamenten mit den Videos der Nacht, aber auch die Autos verstanden, wenn sie ein Nervos sind. Fischhutter kommunizieren über den Kot, und den Kot unterscheiden sie unter Brücken, weil es dort trocken ist und der Kot lang erhalten bleibt. Und so kann jedes Individuum bei dem Kot vorbeigehen und seine Informationen abholen. Und wir nutzen das aus, dass wir diesen Kot sammeln und natürlich auch Fotofallen erstellen, an diesen Orten, an denen er immer wieder auftritt. Die Analyse, welches Material muss abhauen, wie die Lothras-Majen, über Pesche, auch welche E-Diombos, Raunas und andere Kausse. Und zwar, ohne dasselbe, nur mit den Animalen, die die Familie der Fischhütte in der Nähe leben, leben in der Nähe. Bis jetzt kam der Fischhotter nie in dieser Höhenlage vor, das ist die höchste Fischhotterpopulation in ganz Europa. Und wenn es nicht genügend Fisch hätte, dann wäre er auch nicht da. Also anscheinend passt ihm der Lebensraum und der Lebensraum passt ihm sehr. Nicht zuletzt auch, weil er überall renaturiert worden ist, weil es überall Hauen gibt, wo er sich ausbreiten kann. A CISA, fortzupläde als Schiba-Internus, kann es gleich zu dem Fla einen Autoslogans für die Finanzierung der Engedina geben. Das war's für heute und wir sehen uns noch eine schöne Feindende und eine gute Zeit. Ciao, ciao!